So, wir wollen jetzt mit der CGL beginnen. Und zwar mit dem Moment, das K2 Schülerin plus erfahrene Partnerinnen. Da haben wir im ersten Platz da oben Lisa Vogel und Anna Heinkel. Zweiter Platz Lisa und Heike Brokhoff. Und auf dritten Platz Maria Asse und Tich. So, das nächste Rennen, das sind unsere ganz feinen K1-Delfinboot. Auf dem Platz 1 Pierre Kaltmann. Auf Platz 2 Dirk Fleischmann. Und auf Platz 3 Lüttis Obermann. Auf Platz 3 Lüttis Obermann. Und auf Platz 3 Lüttis Obermann. Und auf Platz 3 Lüttis Obermann. Und Holger Greene. Applaus Ja, wir haben gesehen. Applaus 浙y Regierungs Das machen Sie auch, wenn ich oben stehe, gerne. Schön, lecker, schwarz. Jetzt kommen wir zuerst. Nein, Herr Wettbewerb, der C2, der Schüler, A und B. Erster Platz, Rony Eström und Jan-Erik Thomas. Auf Platz 2, Niko Pelle und Christoph Voss. Und auf Platz 3, Leon Brandt und Jonathan Mellert. Applaus 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 Dann habe ich hier das B-Finale, wollte ich auch immer nennen, die C1-Herren offen, die Platzierung, die die C1-Herren gelegt haben. Und zwar in dem Lauf erster war Martin Keller, zweiter war Stefan Löwen, dritter Holger Klebel und vierte Thorsten Bein.